Hallo und willkommen. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben, indem wir eine Giftflasche gefunden haben. Ähm... Pfeil oder Schwert in Gift zu tauchen. Funktioniert nicht bei Feuer, Pfeil oder Flammenschwert? Klingt gut. Pfeil oder Flammenschwert? Klingt gut. Ähm... Ja, das bleibt einfach beim Ritter. Und dann geht's krönig weiter. Ich werde jetzt mal versuchen, von hier nach da eine Planke zu malen. Das wäre eine echt lange Planke. Und sie reicht nicht. Ähm, schade. Naja, das ist dann eine grüne Sache weniger. Checkpoint! Bitter nötig! Na, komm nun! Gesundheit! Partie! Okay. Ähm, na komm. Okay. Ja, jetzt muss ich überall Banken hier machen, oder was? Oh, jetzt hab ich Lust drauf. Aber ich mach's irgendwie einfach. Okay, du da oben? Du da oben bist mich schon wieder echt unsympathisch. Weil du hast ein Schild. Und außer mir darf eigentlich keiner ein Schild haben. Ich bin nicht der Meinung. Okay, das ging schnell. Das ging schnell. Und das ist... Oh. Wow. Ähm... Gefährlich. Das ist gefährlich. Da 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 da. Stirb, 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 stirb. Stirb schon. Okay, noch mehr? Mit Sicherheit. Kann's nicht gewesen sein. Doch. Ja, ihr zwei. Euch mag ich sehr. Ähm... Okay. Zwei... Zwei Leuten ausweichen. Geht das, wenn ich mich hier gerade so drauf stelle? Und dann da durchschieße? Geht das? Ja, das geht. Okay. Okay, und dir schaffe ich auch auszuweichen. Das krieg ich hin. Wenn ich dich dann treffen würde. Okay. Okay. Das möchte ich haben. Das geht gut aus. Kiste, 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 Kiste. Kiste. Kommt der hoch? Ja. Nee, du brauchst doch mehr. Okay. Jetzt... Ähm... Ja. Da basteln wir uns mal wieder ein Weg. Das hatten wir jetzt schon oft genug. Aber bitte so. Dankeschön. Ich hoffe, das reicht. Aber das werde ich gleich rausfinden. Und... Ja, das reicht. Und da habe ich was liegen gelassen. Das möchte ich jetzt noch holen. Das ist wichtig. Das, äh, war ein Fail. Ich stirb doch einfach. So genau so. Ja, mit den zwei Pfeilen, das gefällt mir. Das ist schön. Macht Spaß. Das lohnt sich. Kiste... Kiste... Nanananananana... Ist die Kiste noch da? Wo war denn jetzt dieses grüne Ding? War das hier? Habe ich das jetzt schon? Verstehe ich nicht. Nee, da lag. Okay. Okay. Also wieder ganz nach oben. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Leider. Na gut. Das ist eine Kiste. Dies ist eine Kiste. Gut. Ja, 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 ja. Was für Neuigkeiten. Und... Also ich möchte keine Kiste sein bei mir. Das sieht so aus, als würde es wehtun, wenn man da so auf mich füstet. Okay. Checkpoint. Jetzt kommt mit Sicherheit wieder was angefleucht. Ich habe zwar noch nichts, aber... Bin mir sicher. Vielleicht ein Drache. Ah, ein Drache, bitte. Oder ein Rätsel. Oder beides. Nein, Skelette. Klingt nach Skeletten. Und tschüss. Ja, ähm... Ein Wippenspiel. Spielen sie das Wippenspiel. So... Jump'n'Runs und sowas sind voll mein Genre. Irgendwie bin ich grad zu dumm mit Kiste zu machen. Ähm... Das wird ein Spiel. Yippie, jay, jay, Schweinebacke. Und rauf. Und rauf. Und rauf. Und rauf. Und rauf. Okay. Skelette. Komm. Kein Skelette. Daho. Okay, das geht von... Da muss man dann wieder zurücklaufen, nehme ich mal stark an. All das möchte ich eigentlich haben. Okay. Ähm... Oh, da war noch was. Das sind so Dinge, die sind sehr nützlich. Also ja, ich weiß, die Blauen sind jetzt Mana und so. Aber... Die Grünen... Wären... Sammelswert. Ähm... Okay... Ach nee, äh... Planke. Planke, was? Hm... Aber kann ich schon so lange Planken machen? Tatsache! Tatsache... Gut. Und hüpp. Und lauf, lauf, lauf. Nein, stopp, stopp, stopp. Und lauf, 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 lauf. Dankeschön. Gut. Das hätten wir auch erledigt. Und das war klar. Okay, äh... Ja, ja, am Checkpoint bleibe ich jetzt einfach, weil da bleibt meine Harp hier schön voll. Ja, nun steh auf, Junge. Ich möchte nicht warten, bis ich da hinten hänge und dann... Tja. Noch mehr? Na? Wollt ihr was, ne? Kommt einfach. Ja. Gut. Dann hab ich das raus. Jetzt? Hm... Okay, was macht man hier? Springen und das da drüben wird sich drehen, nehm ich mal an. Kann man das anhalten? Jetzt ist das aufzudrehen. Nicht so richtig. Naja. Probieren wir es mal. Hüpfen, hüpfen und... Ah. Ähm... Und hier jetzt Kisten drauf basteln, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen. Ganz im Ernst. Okay, ähm... Hier bleib ich jetzt mal stehen, hab ich gedacht. Hab ich gedacht. Moment. Die muss man irgendwie blockieren, glaub ich. Ah, 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 ah. Moment. Moment. Macht das gerade? Nein, 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 nein. Gerade, hab ich gesagt. Ach. Okay, und jetzt... Vielleicht sowas? Nein. Entweder nicht lang genug, oder... Es klappt so nicht. Ähm... Ich probier's einfach nochmal. So länger. Kabuff. Immerhin das schon mal. Ist das blockiert? Ja. Und dann kann ich jetzt das hier vielleicht mit... mit sowas blockieren? Ja. Ja. Okay. Okay. Ähm... Und dann brauch ich jetzt noch... eine Gorgische Kiste... und... Spring Skills. Oh ja. So. Ähm... Das war's schon. Der Drachenfriedhof. Leider keine Drachen gesehen heute. Ähm... Das lese ich beim nächsten Mal vor. Ähm... Relativ erfolgreich, wie ich finde. Ich bin einigermaßen schnell durchgekommen durch den zweiten Part. und... ähm... Danke fürs Zuschauen. Ich bin die Luma... und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschün June. Bis zum nächsten Mal.